Dieses zu erwerbende 4-Zimmer-Reihen-Haus liegt in Erkrad. 1972 wurde dieses 2-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über zwei Garagenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 300 m² bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 110 m². Das Objekt steht für 298.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.